Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Rampensound. Heute geht es um das Multimedia-System von SEAT und das sehen wir uns jetzt hier am Beispiel des SEAT Leon ST TGI an, also in der Erdgasversion des SEAT Leons. Keine Sorge, wenn ihr euch jetzt für einen SEAT Ibiza, Ateca, Tarako und so weiter interessiert. Das Multimedia-System ist mit Ausnahme von Mi wirklich immer dasselbe, nur das Fahrzeug und die Durchschnittsverbrauchdaten sind unterschiedlich jetzt im Vergleich zu eurem vielleicht, aber die Menüstruktur ist wirklich dieselbe, also ein sehr universelles Video über das Multimedia-System von SEAT. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken beim Autohaus Neumeyer in Eschelkamm, die SEAT-Experten meines Vertrauens, die mir auch dieses Fahrzeug für den Dauercheck zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise alle anderen SEAT Testfahrzeuge. Guckt mal unbedingt bei denen vorbei. Link zur Autohaus-Webseite ist unten in der Beschreibung. Und jetzt setze ich mich ins Fahrzeug und jetzt blicken wir mal auf das Infotainment-System von SEAT. Und mal wieder heißt es herzlich willkommen in der Kommentatoren-Box. Nein, im Kommentatoren-Fahrzeug. Ich nehme mich jetzt mal bewusst zurück. Wir fokussieren uns nur mal auf das Multimedia-System, das sich hier in der Fahrzeugmitte befindet und steigen wir auch gleich ein. Es gibt vieles zu erzählen und ich versuche es so kurz und knapp wie möglich zu halten, obwohl ich euch sehr viele Informationen an die Hand geben möchte. Das hier ist das Hauptmenü des SEAT Multimedia-Systems. Es besteht wie bei einem iPhone aus App-Symbolen und es ist eigentlich dadurch auch ziemlich intuitiv. Die zweite Seite ist keine gesamte Seite, sondern einfach nur noch eine Erweiterung um ein und zwei App-Symbole. Oben links befindet sich die Radio-Sektion. Ich habe jetzt hier die AB-Radio mit ausgestattet. Es ist etwas, ja so, war ich stumm. Genau. Und wir sehen hier, die Favoriten wurden ja schon eingespeichert. Insgesamt kann ich 18 Favoriten einspeichern. Ich habe das jetzt hier mal bei den ersten eineinhalb Seiten so gemacht. Und bei DAB habe ich natürlich eine sehr lange Senderliste und um zu dieser kompletten Senderliste zu kommen, gibt es hier oben, man wird es schon lesen können, die Senderliste-Funktion und hier kann ich dann durchscrollen. Im Falle von DAB sind das so, sind das Kategorien, in die das eingeteilt worden sind. Ich bin jetzt hier in Bayern in der Oberpfalz. Also es gibt einzelne Oberpfalz-DAB-Radio-Sender und dann gibt es noch einzelne Bayern-Sender und auch Deutschland-Sender. Da ich das Ganze so universell wie möglich halten möchte, wählen wir jetzt einen Deutschland-Sender aus, der ist überall in Deutschland verfügbar. Zum Beispiel eben auch Energy oder hier Radio-Bob oder Klassik-Radio. Mal angenommen, ich bin ein Klassik-Fan, dann gehe ich jetzt hier, wähle ich Klassik-Radio aus, gehe dann hier auf Zurück und wenn ich jetzt das in meine Favoriten einspeichern möchte, dann kann ich das hier tun und zwar gehe ich hier auf ein leeres Feld, bleib länger auf diesem leeren Feld und mit einem kleinen Signalton sehe ich hier, wird Klassik-Radio hinzugefügt. Möchte ich das austauschen zum Beispiel, dann gehe ich hier auf, genau, dann gehe ich hier auf dieses Symbol und aus Absolute Hot wurde plötzlich Klassik, also ich kann hier auch Doppelbelegungen mit hinzufügen. Das gleiche gilt für die erste Seite, aber auch für die dritte Seite. Wir sehen jetzt hier den Titel des Radio, also den Radio-Namen, in dem Falle Klassik-Radio und hier unten sehen wir auch den Text, der mit dazu gesendet wird. Es gibt aber unterschiedliche Ansichtsformen und das sehen wir hier unten links. Hier sehen wir, es gibt entweder die Ansicht Speicherliste, Senderinfo, Radiotext oder Slideshow. Wenn wir zur Senderinfo gehen, dann sehen wir hier das Logo und eben auch die Sendeinformationen, die mitgesendet werden. Jetzt in diesem Falle ist es nur ein kleiner Text, entdecken in 60 Sekunden, aber wir bemerken zum Beispiel bei Klassik-Radio, dass die mehr Informationen noch mitsenden. Das tauscht sich allerdings dann im Laufe der Zeit durch. Wenn wir jetzt noch länger warten würden, dann würde jetzt noch der nächste Text da mit dazukommen. Vielleicht haben wir ja noch das Glück. Geben wir ihm noch ein paar Sekunden Zeit. Nein, da kommt nichts mehr. Aber es kommt eben gleich dieser Textwechsel, dann kann man sich da durchlesen. Wer jetzt komplett auf diesen Sendertext steht, ohne diesen Wechsel, also doch mit Wechsel, aber eben nur Fokus auf den Sendertext, der kann das auch so einstellen. Diese Funktion habe ich noch in keinem Fahrzeug aktiviert gesehen. Ich meine, also wer liest sich denn diese Texte dadurch? Ihr könnt mir vielleicht mal einen Sender sagen, bei dem sich das lohnt. Hier haben wir den Punkt Slideshow und Slideshow sieht jetzt eigentlich ziemlich klassisch aus. Wir sehen jetzt nur das Bild des Senders und wenn wir jetzt aber hier hinklicken, dann sehen wir hier auch, Moment, bei Klassik-Radio scheint das nicht zu funktionieren. Da gehen wir mal kurz in die Speicherliste und wählen wir mal zum Beispiel Absolut Relax angenommen. Dann sehen wir hier wieder den Titel, gehen hier auf Slideshow, dann sehen wir hier das Logo von Absolut Relax und das verändert sich dann auch noch in das Album-Cover des aktuell abgespielten Lieders. Die meisten, jetzt haben wir es gesehen, also wenn wir noch länger warten, dann sehen wir das Logo des Radiosenders. Allerdings ist das jetzt keine super tolle Qualität, das ist etwas pixelig und jetzt sehen wir hier das Album-Cover. Für jemand, der gerne Album-Cover sieht und wenn ich dann hier auf den Touchscreen klicke, dann kommen wir hier wieder in die manuelle Sichtweise, also in die Senderspeicherliste Sichtweise zurück. Ich habe aber gerne das hier, weil ich dann einfach die Sender auswählen kann, wenn mal ein schlechter Song kommt, bin ich da gleich eben beim nächsten Sender. Zudem sehe ich hier noch die Uhrzeit und auch die Temperaturanzeige. Für mich ist das hier wirklich am sinnvollsten. Wer jetzt die Sender manuell einstellen möchte, das macht besonders Sinn, wenn ich in den FM-Modus gehe. Um in den FM-Modus zu kommen, gehe ich hier oben links auf Band und kann hier FM auswählen. Geht allerdings auch bei DAB-Radio, dann kann ich hier manuell einwählen, hier diese Frequenz einwählen, wie ich das möchte. Spannend ist, dass es hier in diesem Fahrzeug keine AM-Funktion mehr gibt, sondern nur noch DAB und FM. Soviel zum Punkt Radio, der ja für viele nach wie vor sehr wichtig ist. Wer jetzt jedoch von USB-Sticks, SD-Karten, AUX oder Bluetooth Multimedia abspielen möchte, der kann hier in die App Medien gehen. Die zweite von links in der ersten Reihe hier oben. Und dann kann ich, wenn ich oben auf Quellen gehe, sehe ich hier eben diese Übersicht an unterschiedlichen Quellenmöglichkeiten. Jukebox, SD-Karten, CD, USB, Bluetooth, AUX, WLAN. Also WLAN funktioniert nur mit mit der Kopplung einer App, dazu kommen wir später noch. Dann gibt es noch die Jukebox. Jukebox ist ein interner Speicher des Multimedia-Systems und dann kann ich per USB-Sticks eben Lieder in das Multimedia-System selbst hinein speichern. Wie viel Speicher das hat, müsst ihr jeweils in den Bedienungsanleitungen durchlesen bei den Multimedia-Systemen. Und dann gibt es hier noch die SD-Karten. Ich habe jetzt allerdings ja nichts angeschlossen. Cool ist das Ganze schon, wenn ich mich zum Beispiel über Apple CarPlay verbunden habe und eine zweite Person möchte noch Musik abspielen, dann bin ich über Apple CarPlay oder Android Auto verbunden und die zweite Person über Bluetooth. Und dann kann man hin und her wechseln zwischen Apple CarPlay und Medium. Zu Apple CarPlay kommen wir später noch. Dann gibt es hier die Navigations-App, die ist für viele wahrscheinlich die wichtigste. Hier in der Nachtansicht, in der dunklen Ansicht, weil ich mich im Moment in einer Garage befinde, damit es keine Reflektionen beim Multimedia-System gibt. Aber es gibt auch die Tagansicht, die ist etwas heller. In meinem Falle habe ich das auf Auto eingestellt. Das funktioniert dann mit den Sensoren, also mit den Lichtsensoren des Fahrzeugs und deswegen ist es jetzt dunkel. Was wir jetzt hier sehen, ist einfach die Karte an sich. Wo ist jetzt mein Auto? Wo ist mein aktueller Standort? Das sehen wir, wenn wir hier auf diesen Punkt klicken, auf dieses Autosymbol bzw. Fensterscheibensymbol, dann kommen wir hier zu meinem aktuellen Standort. Das hat aber einen Sinn, wieso ich hier gewesen bin, denn es gibt in den Karten, wir sehen es hier an dem Parkplatz, wir sehen es hier am Seat-Symbol für das Autohaus Neumeier in Eschel-Kam. Wenn ich jetzt hier hinklicke, kann ich mich genau dahin navigieren lassen. Das ist die Seat-Werkstatt hier eben im Gewerbegebiet 4 in Eschel-Kam. Hier sehe ich zwar keinen Namen, in der Seat-Werkstatt, aber ja, das habe ich euch als Zusatzinformationen mit dazugegeben. Komischerweise ist das dann bei Supermärkten schon so. Hier sehen wir hier Aktivmarkt Kohl, der ist neben der Werkstatt. Und hier haben wir auch einen Parkplatz, da kann man sich dann die Zielführung starten oder in der Nähe etwas suchen. Oder man lässt sich eben dann nach Eschel-Kam navigieren, also in den Ortskern navigieren. Das geht dann zum Beispiel auch. Gehen wir mal kurz auf meinen Standort wieder, dann kann ich hinein und hinaus zoomen. Das geht zwar so über diese Fingerfunktion auch und ich finde, es geht auch eigentlich ziemlich flüssig und intuitiv. Ja, hier so, das geht schon. Irgendwie mache ich das dann aber doch lieber, Moment, was haben wir denn hier einen, so, dann gehe ich hier wieder auf dieses Auto-Symbol, aber hinzoomen mache ich gerne hier über diese Plus-Lupen-Taste. Das nächste in der Navigation sind 30 Meter und am weitesten entfernt sind es bis zu 500 Kilometer, glaube ich. Und dann sehe ich die komplette EU, oh nein, sogar die Weltkugel 2500 Kilometer. Ja, das ist nett, eine nette Spielerei. So, jetzt bin ich hier wieder im Automatik-Modus. Also es gibt auch einen Automatik-Modus, der hat den Vorteil, dass wenn eine Navigationsansage kommt oder ich mich in einer Innenstadt befinde, dann zoomt er weiter in die Karte, damit ich genau sehe, wo ich jetzt abbiegen muss. Und wenn ich mich auf einer Landstraße oder Autobahn befinde und keine Navigationsansage kommt, dann zoomt er weiter weg, damit ich mein Umfeld noch besser sehe. Es gibt allerdings im Navigationssystem auch die Möglichkeit, Moment, ich sitze hier so schief im Fahrzeug, so, dass ich mich irgendwo hin navigieren lassen kann. Dafür tippe ich einfach länger auf diese, auf die Karte und dann kann ich mich hier zu der Koordinate hier hin navigieren lassen oder eben auch zum Beispiel mitten auf ein Feld. Wehen wir mal hier hin. Genau, auch zu dieser Koordinate hin und kann hier die Zielführung starten, auch wenn es keine Straßenführung dazu gibt. Also ein ziemlich cooles Infotainment-System, wie ich finde. Funktioniert eigentlich auch besser und nur weil ich jetzt hier so komisch im Fahrzeug sitze, damit ich euch die Sicht nicht verdecke, eigentlich ist das Touchgefühl hier im Fahrzeug besser. Noch besser ist es in den im Seat Arona oder Ibiza, wo man ein Hochglanzglas hat. Da ist das Ganze noch mehr Smartphone-like. Hat allerdings den Nachteil, dass es mehr spiegelt, wenn Licht ins Fahrzeug kommt. Hier habe ich ein mattes Display mit eingebaut. Hier unten sehe ich, wie laut die Navigation sein soll. Ich mache es mal etwas lauter, dann bekommt ihr auch gleich ein Example. Lautstärke Navigationsansagen. Also das sieht man dann auch gleich und wie oft, dass es sich wiederholen soll oder nochmal das Beispiel wiederholen. Dann, ja genau. Dann sehen wir jetzt hier auf jeden Fall, da können wir einstellen, wie laut die Navigationsstimme sein soll. So viel zu dem. Hier sehen wir die Höhe noch. Man kann ein neues Ziel eingeben und hier ist die klassische Version der Zieleingabe. Also, ich habe das Land, den Ort, die Straße, die Nummer oder eventuell eine naheliegende Kreuzung. Diese Eingabemaske verwende ich allerdings sehr, sehr selten, denn es gibt unter Optionen die Möglichkeit, eine andere Eingabemaske zu verwenden und zwar hier, also entweder in Karte entlang der Route, aber die intelligenteste ist eindeutig die Suche-Funktion und es hat zum Beispiel folgenden Vorteil. Wir möchten jetzt in Würzburg den Bahnhof Süd anwählen, haben aber keine Ahnung, wo sich der Bahnhof Süd im Moment befindet. Wir sind keine Locals und wir haben in diesem Moment auch keinen Empfang zum Beispiel oder wollen einfach nicht googeln. Dann gebe ich hier einfach Würzburg Süd ein, also Würzburg Bahnhof ein. Und hier sehe ich zum Beispiel dann Süd und bemerke, dass der Bahnhof Würzburg Süd in der Grüne Waldstraße ist und dann kann ich mich genau dorthin navigieren, ohne dass ich irgendwie lange etwas google. Das ist für mich wesentlich intuitiver, um ehrlich zu sein und ich kann dann auch noch hier zum Hauptbahnhof navigieren. Der ist natürlich irgendwo am Bahnhofsplatz oder in der Bahnhofstraße, alles klar, aber ich sag mal so, für Restaurants und so weiter ist das hier einfach die viel intuitivere Suche, um ehrlich zu sein. Meine Ziele ist auch ganz klar zu erklären, Position speichern, ich kann verschiedene Routen einspeichern, Ziele, letzte Ziele und Heimatadresse einspeichern, sowie die Point of Interest, POI hier unten rechts. Ich habe ein Erdgasauto, da gibt es noch diesen Reiter Erdgas Tankstellen auch mit dazu, im Vergleich zu normalen Tankstellen. Das funktioniert in Deutschland solide, eigentlich in vielen Fällen ziemlich gut. Ich kann aber auch Städte aufzählen, denen sowas eher schlecht funktioniert, weil ich weiß, da gibt es keine Erdgas Tankstellen. Ja, das ist etwas schade, dass es nicht ganz so zuverlässig klappt, aber in vielen Städten auch und es ist besonders wichtig im Ausland, wenn ich zum Beispiel kein Internet habe, da funktioniert es dann komischerweise schon, zumindest in Österreich und in der Schweiz habe ich das bisher getestet und Parkplätze können hier auch ausgewählt werden. Zurück im Hauptmenü sehen wir hier noch die App Verkehr, auf die ich sehr wenig eingehen werde, denn die ist meines Erachtens ziemlich sinnlos. Also wir haben hier eine Anzahl an umliegenden Sperrungen, aber wenn ich irgendwo mich hin navigieren lasse, dann leitet mich mein Navigationssystem sowieso um. Wichtig für das Soundsystem, das übrigens im Seat sehr gut ist, ist auch der Klang und hier kann ich sehr viel einstellen, also wirklich auch sehr viel individualisieren. Gehen wir einfach nur mal in den Menüpunkt Lautstärke. Hier kann ich einstellen, wie laut sollen die TMC-Radiodurchsagen sein. Die habe ich bei mir komplett ausgestellt, die sind bei mir also stumm gestellt. Navigationsansagen, die habe ich jetzt auch oft, weil ich es gemutet habe, aber die kann ich halt eben auch hier von der Lautstärke genauso wie im Navi-Menü lauter oder leiser machen. Die Sprachbedienung, wie laut soll die sein, die kann ich ja bedienen, also das Fahrzeug hat auch eine Sprachbedienung mit dabei, die allerdings keine künstliche Intelligenz hat, sondern man muss sich eher der anpassen anstatt die sich. Das ist sehr schade, das können andere Sprachbedienungen mittlerweile eigentlich schon besser. Dann gibt es die maximale Einschalt-Lautstärke. Was ist das? Wenn ich jetzt, also mal angenommen, ich habe laut Musik gehört, stoppe mein Fahrzeug, lass es stehen, am nächsten Tag gehe ich wieder ins Fahrzeug, dann ist das System so intelligent und sagt, wenn ich es wieder einschalte, das Fahrzeug, dann bin ich auf Lautstärke 11. Bei vielen anderen Fahrzeugen bekomme ich dann hier meistens einen Schock, weil es immer noch so laut ist und ich vergessen habe die Lautstärke etwas leiser. Dann gibt es die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Anpassung. Das bedeutet, wenn ich auf Autobeinen unterwegs bin und die Windgeräusche sind etwas lauter, dann wird die Maximallautstärke hier im Fahrzeug leiser, damit ich eben immer bei einer gewissen Maximallautstärke bleibe. Bei mir ist es eher umgekehrt. Wenn die Windgeräusche lauter werden, mache ich auch das Radio lauter. Deswegen habe ich es jetzt hier ausgestellt. Aber es ist schön, dass es hier zumindest diese Funktion gibt für alle Leute, die auf eine Maximallautstärke Wert legen. Also das bedeutet, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann kann ich hier die maximale Lautstärke des Multimedersystems hören. Wenn ich aber 120 fahre, dann ist die Maximallautstärke leiser. AUX-Lautstärke kann ich auch noch einstellen. Entertainment-Absenkung beim Parken. Das ist auch ziemlich witzig, denn viele schalten ja beim Einparken ja auch das Radio aus oder machen zumindest die Musik leiser. Das kann das System auch von selber. Also wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder das PDC angeht, wird auch damit die Entertainment-Lautstärke, zum Beispiel Navi oder Radio, wird damit auch abgesenkt. Ich bin auch so ein Typ, der sein Radio leiser macht, wenn er einpackt. Deswegen habe ich das auch hier so eingeschaltet. Eine coole Funktion. Das Gleiche gibt es auch bei Navigationsansagen. Wie leise sollte das Entertainment-System also zum Beispiel Radio werden. Ich kann hier sehr viel bezüglich Klang und Lautstärke individualisieren. Zum Beispiel auch den Equalizer. Da kann ich bis in die Herzzahlen hineingehen und hier einspeichern. Also ihr seht hier, man kann hier wirklich sehr, sehr viel einstellen bei diesem tollen Sound-System, der bei Seat Leon hier mit immer an Bord ist. Balance und Fader kennen wir aus vielen anderen Multimeter-Systemen auch. Also wo soll der Fokus des Klangs sein? Soll eher hinten bei den Kindern sein, wenn die irgendwie einen Podcast hören oder vorne, wenn ich keine Kinder habe. Das Ganze kann ich auch mit einem Koordinat, also mit dem Pfeiltasten hier einstellen. Ich habe das meistens im Center. Dann gibt es zum Beispiel auch den Soundfokus. Wenn ich meistens alleine fahre, dass der dann beim Fahrer ist. Das hört man dann schon merklich im Fahrzeug. Ich finde aber am natürlichsten ist es in alle und wenn der Sound in der Mitte platziert ist. Touchscreen-Ton habe ich ausgestellt. Viele benötigen aber oder wollen diesen haptischen, also diesen Audio-Ton. Wenn ich irgendwo hinklicke, kann ich ja mal einschalten. Wir gehen auf Equalizer und dann haben wir hier so ein Klicken. Mich nervt das eher. Keine Navigationsansagen bei Anruf. Also ihr seht, zum Thema Klang gibt es ja einige Unterfunktionen. Hier lohnt sich dieses App-Symbol auf jeden Fall. Bei Bilder zum Beispiel eher weniger. Ich habe noch nie eine Slideshow angegeben, also hier eingespeichert oder irgendwie Bilder, eine Bilder-Slideshow ausgewählt. Vielleicht habt ihr da irgendwie einen netten Funktionsumfang. Kann man auch die Quellen einstellen. Das ist alles sehr intuitiv zu bedienen. Nächstes Bild und Bilder auswählen und so weiter. Aber das habe ich auch noch nie gesehen, dass das irgendjemand macht. Dann gibt es hier noch die SEAT Media Control App. Und die SEAT Media Control App habe ich hier auf meinem iPhone auch. Und was ist die SEAT Media Control App? Dazu gehe ich jetzt hier in die App selber. Und ihr seht schon, die Verbindung ist unterbrochen. Dazu muss ich mich mit dem WLAN des Fahrzeugs erstmal verbinden. Und jetzt sehen wir hier in dieser SEAT Media Control App die letzten Ziele und kann das dann gleich ins Navi laden oder hier auch eben den Radiosender auswählen sowie die Lautstärke. Also für mich ist das jetzt eher nur nette Spielerei. Einzig und alleine in der Karten App hier kann ich auf Google Ergebnisse zugreifen und ich sehe auch hier also das Wetter und kann auch hier per Geste kann ich hier verschiedene Suchen machen und habe hier eine Powered by Google Suche und kann dann gleich hin navigieren. Ja, aber nette Spielerei. Ein wirklicher Mehrwert ist da nicht mit dabei, außer eben dass ich die Google Suche mit integrieren kann. Cool wäre es natürlich, wenn das Fahrzeug sowieso schon mit Internet kommuniziert und ich die Google Suche im Multimedia System habe. Denn das Multimedia System beziehungsweise Apple CarPlay ist ja dafür da, dass ich weniger am Handy hänge. So, jetzt habe ich es abgesteckt eben wegen dieser SEAT Media Control App, die auch zumindest im Apple App Store nur mit zwei Sternen bewertet ist, weil eben die Sinnhaftigkeit dieser Media Control App nach wie vor fehlt. Es wäre zum Beispiel cool, wenn es wie bei Apple CarPlay ich Bilder oder Videos hier hin streamen könnte, kann ich aber nicht. So, iPhone verbunden mit dem Kabel. Wireless geht das leider noch nicht, aber es soll angeblich irgendwann in den nächsten Modellen kommen. Und dann bin ich hier bei Apple CarPlay. Im Falle von dem SEAT Leon mit den Facelift Modellen habe ich hier auch zwei Knöpfe mit Schnellfunktionen. Einmal hier, um in dieses Multimedia System Hauptmenü zu kommen und hier um in das Apple CarPlay oder Android Auto zu kommen oder Mirror Link, je nachdem. Und dann habe ich, also dann kann ich eben gleich hier auf Apple CarPlay zugreifen. In anderen SEAT Fahrzeugen mit dem selben Multimedia System habe ich hier so Shortcut Funktionen an der Seite, damit ich eben gleich in die Navigation komme. Beim SEAT ATK gibt es das eigentlich bei allen Modellen, außer beim SEAT Leon. Da hat man sich dann doch für mehr Display Diagonale entschieden. Bevor diesem Facelift gab es hier auch Shortcut Funktionen an der Seite. Ich bin da irgendwie noch gespaltener Meinung, was ich besser finden soll. Ja, es dauert manchmal so eine Gedenksekunde hier von dem einen zum anderen. Und genau, dann komme ich hier einfach in Apple CarPlay, das ich euch übrigens auch schon vorgestellt habe. Klickt dafür einfach auf das Video, was ich euch jetzt hier oben eingeblendet habe. So, dann zu einem der nächsten großen Menüpunkte und das ist jetzt hier das Fahrzeug. Hier ist, das ist eigentlich der Bordcomputer und der ist wirklich, also der ist wirklich sehr, sehr, sehr mit sehr vielen Untermenüs und man kann ja alle sämtliche mögliche Dinge einstellen. Und das Setup hier in der Mitte kann ich das ESC, also kann ich das ESC System einstellen. Den Reifendruck, den kann ich ersetzen mit der Geschwindigkeitsmahnung bei Winterreifen zum Beispiel. Licht kann ich hier auch einstellen. Autobahnlicht einschaltet. Man kann hier sämtliche Dinge, Komfort blinken, auch das kann man ein- und ausschalten. Die Innenraumbeleuchtung. Ich habe jetzt hier leider kein SEAT, bei dem man die Innenraumbeleuchtung nach Farbe einstellt. Ansonsten könnte man das hier unter diesem Menüpunkt auch tun. Die Coming Home Funktion, also dass das Außenlicht startet, wenn ich zum Beispiel mein Auto öffne. All das und wie lange das funktionieren soll, kann ich hier einstellen. Es ist wirklich, also ein Wust an Untermenüs, dauert viel zu lange. Ich kann hier auch die Fahrerassistenzsysteme einstellen. Ob die an sind, ob die aus sind, wie die funktionieren sollen. Also ich gehe jetzt hier bloß mal die Überpunkte ein. Die automatische Distanzregelung, das Umfeldbeobachtungssystem, Lane Assist, Verkehrszeichenerkennung, all das, Müdigkeitserkennung, all das kann ich hier in diesem Bordcomputer ein- und ausschalten. Genauso wie bei Parken und Rangieren. Die Lautstärke vorne, Tonhöhe vorne, Lautstärke hin. Also ich kann sogar die Tonhöhe des PDC-Systems auswählen. Es ist hier wirklich sehr, 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 sehr individualisierbar. Die Rangierbremsfunktion, all das kann ich hier ein- und ausschalten und konfigurieren. Was ich jetzt euch zeigen möchte, sind die Spiegel und Wischer. Man kann auch die Spiegel, wenn man elektrische Außenspiegel mit dabei hat, dass die synchron verstellt werden. Absenken im Rückwärtsgang, Einklappen nach dem Parken, Scheibenwischer, auch hier automatisches Scheibenwischen bei Regen. All das kann ich ein- und ausschalten, wie ich möchte und ich kann mein Auto ja wirklich sehr, sehr individuell konfigurieren. Fensterbedienung, Komfort öffnen, bedeutet, wenn ich länger auf dem Schlüssel bleibe, ob dann die Fenster nach oben oder unten gehen sollen und so weiter und so fort. Die Tür, die einer Fahrzeugseite, alle. Das ist unglaublich, was ich hier alles einstellen kann. Auch das Kombi-Instrument kann ich einstellen. Zeit, Datum, Einheiten, Service, Werkseinstellungen. Unglaublich. Also müsst ihr mal gucken. Hier könnt ihr euer Fahrzeug sehr gut individualisieren. Ansonsten sehe ich hier, wenn ich auf Weiter gehe, ab Start, ab Tanken, viele Durchschnittsverbräuche und so weiter und so fort. Auf lange Zeit, die letzten 3.333 Kilometer, was mein Durchschnittsverbrauch an CNG oder Diesel oder Benzin ist. In meinem Falle wird beides hier angezeigt. Der Bordcomputer ist wirklich, wirklich Wahnsinn und kann nur weiter empfohlen werden. Das Gleiche kann ich dann auch noch mit dem Handy verbinden und hier auch noch eine unterschiedliche Ansicht, genauso wie beim Radiomenü einstellen. Zum Beispiel hier über den Verbrauch, den Fahrzeugstatus und vieles Weitere, was es halt eben hier an Meldungen gibt. Ich habe hier drei Meldungen. Zum Beispiel der Ölwechsel, der ansteht. Die Betriebstemperatur für Erdgas ist noch nicht erreicht und ich muss Erdgas tanken, denn dieser Tank ist leer. Ich fahre im Moment mit Benzin. Mal ausnahmsweise, sonst mache ich das eigentlich nie. Ansonsten sind wir jetzt hier eigentlich durch. Klimaanlage ist meines Erachtens etwas überflüssig. Die kann ich hier schon einstellen, wenn ich möchte. Das tue ich aber dann doch lieber mit den haptischen Reglern unter dem Multimediasystem. Gibt mir persönlich etwas mehr. Seat gibt hier aber diese Funktionen mit an die Hand und bei den Einstellungen komme ich eben nochmal in sämtliche Sprachbedienungseinstellungen, die wir eigentlich sozusagen schon durch haben in den anderen Untermenüs. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle, um das nicht unendlich lang zu machen fürs Zusehen. Ihr seht, es ist ein unglaubliches Multimediasystem mit sehr vielen Individualisierungsmöglichkeiten, besonders im Mittelklasse-Segment. Es funktioniert sehr intuitiv und ich finde, es ist auch sehr intuitiv angeordnet.